Wo? Vor der Polizei. Am Schuppen. Hahahaha. Scheiße, Alter. Ich hab gestoppt mich. Hahahaha. 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 Das ist ein Bier, Alter. Hahahaha. Hahahaha. Hm. Hahahaha. So ein Kiddie, weißt du? Oh, Alter. Boah. Hahahaha. Was für schluckt. Ja, ich auch. Ja, scheiße. Ich habe auch keine Waffe mit Munition. Niemals. Oh, scheiße. Nee, niemals. Hast du Barium also noch drauf? Dann tun wir uns das eigentlich an. Was ist denn passiert? Ja, weiß nicht. Jetzt bin ich halt wieder in Schärm oder so. Muss mich jetzt wieder umbringen. Alles nur wegen einem Hey, you are dead. Ja, weißt du. Ja, chipt lag. Weißt du, nichts passiert. Einfach chipt lag. Ich bin an derselben Stelle gespawnt, alter. Ich bin an der Schärm oder so. Oh… Es ist gerade nichts lustig, ne? Es ist gerade nichts lustig. Scheiße, ich heu schon wieder. Das dritte Mal vom Gerüst springen, Mama. Alter, das Brot. Du bist so warm, Alter. Ja, ich schwitze. Das ist so lächerlich, Alter. Das ist traurig einfach. Da liege ich, Alter. Ich habe einen Dach. Du. Sorry. Weißt du, ich habe immerhin einen Kran hier, ne? Wie konnte ich mir klar? You und Dad zu zweit mal. Alter. Dieses fucking Spiel, Mann. Ja. Ja. Ich würde es lachen, wenn ich da dreimal liegen würde. Alter, du. Halt doch meine Augen. Wie er da dreimal liegt, ist stimmt. Ja. 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 Ich habe nichts im Hals schmerzen. Ohohoho, Perizzino. Naja, der sieht schon was Schönes. Ja, ja. Und meine Augen, ne? Mein Hals brennt voll. Alles, ja. Könnte ich mal zu Ende essen jetzt. Das ist froh. Das ist froh. Oh Gott, ich atme. Das ist froh. Ich stelle mir gerade so ein Megastück vor, Alter. Das ist froh, die ich muss schlucken. Ja. Oh, nee. Jetzt hör mal auf, Alter. Ich kann nicht, Alter. Ich heul schon wieder. Ja. Keine Bäre. Ja? Ja. Ach, du auch, ja? Na klar. Kann ich auch beißen. Auf jeden Fall. Lass es lieber bleiben, bis du allein bist. Bis was? Bis du wieder alleine bist, ja. Ach so, dass ich dann essen kann, ja. Ja, wahrscheinlich. Mir geht schon. Nicht, dass du noch dran versteckst, oder so. Ich kann gar nicht mehr auf und zu grinsen, Alter. Wegen nix, Alter. Ich weiß, ich hab keinen Plan. Wegen nix, einfach. Weil du so verzweifelt bist, wegen diesem blöden Game. Du sprichst mir aus der Seele. Ja. Wieso steht denn der da noch? Wer? Wieso sind das jetzt drei Stück, Alter? Bist du zweimal gestorben? Ja, ich bin auf dem anderen Server. Wie, du bist auf... What? Glaube ich. Ja. Ach, schön. Schön, dass ich das auch nochmal mitbekomme. Ja, wo siehst du da? Oh, scheiße. Oh, 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 oh. Fuck. Fuck, fuck. Bro! Ja, ich komme. Wie du kommst, Alter. Mach hinne! Nicht verstecken. Okay, ich hab die SK... Oh. Nein! Er schießt auf mich, Alter. Was ist das denn für ein lächerlicher Typ einfach? Das ist Game nicht verstanden. Ja, Chip Gleck, Bluten, deine Mutter. Der ist immer noch da, ne? Da hat keine Hobbys. Wie, der ist ein türkischer Rucksack? Ja. Was? Wie macht der da, Alter? Er hat die Sachen bewacht. Seine komischen Freunde, oder wie? Keine Ahnung, ey. Oh mein Gott, ey. Oh mein Gott. Ich hol ihn mir jetzt, ne? Oder bist du auch schon... Ja, warte kurz. Ich bin jetzt am nördlichen Gluthaus. Kann er umloggen? Ja, umloggen, Alter. Und dann geht's los. Ja, was denn? Ja, dann mach mal hinne hier, was für Umloggen. Alter, ich... Alter, dieses Premium-Game dauert vor lang, bis du umgelockt bist. Ja, was... Ja, dann hol ihn dir. Ja, wahrscheinlich alleine. Ja! Mit einer SKS, oder was? Wahrscheinlich kein Loot. Ist das bitter, ne? Wahrscheinlich deine Mutter. Hast du eine Waffe für mich? Sehe ich so aus. Ich konnte dich mal zu Ende looten. Boah, ist mir warm, ey. Boah, Alter, ist mir warm, ne? Ist immer ohne Spaß. Ja, auf jeden. Oh mein Gott, ey. Oh mein Gott. Oh, ich seh, ich seh, ich seh. Vielleicht musst du irgendwie ne Waffe finden. Lächerlich. Man kann ihn nicht durch den Sound killen? Nee. Wie, nee? Nee. Da war ein Schlitz... Aber man, das ist so ein komischer Vogel, Alter. Ich schwör's dir. Kommst du her? Sag mal. Sag mal. Ja, okay, wo soll ich einloggen? Bestens in der Nähe des Pianohauses. Jetzt kommt da noch ein Zombie wahrscheinlich, ne? Na klar, sei auf der Seite dieses komischen... Ach, komm. Komm. Ist okay. Ist okay, deine Mutter. Ja, auf jeden, deine Mutter. Boah, lol. 60 ist egal, ich habe noch ein Brot. Oh nein, ja, Gott. Das ist Brot. Ich darf da gar nicht dran denken. Shit. Und so. Und das war jetzt eine Minute? Ja, die ist jetzt um. Jetzt nochmal, please wait. Weißt ja, was das bedeutet, ne? Zwei Minuten. Oh mein Gott. Ich merke, es ist schon spät. Ich treff den auch gar nicht mehr, ne? Es ist, äh... Aber auch gar kein Ame mehr jetzt. Ah, nee. Okay. Wirkt eh kein... Irgendwo campt und plötzlich macht's... Dann bist du tot. Hallo? Oh. Hast du was gesagt, ingehm? Nee, nee, das war der. Hi. Wo bist du? Do you want to go to me? Do you want to go to me? No, I just dropped in. Can you talk around louder or talk in chat? I'm friends with you. I just want to go out here and lose something and lose the server. That's all. Alter, ist das Spongo-Haus noch? Ich bin jetzt an der Polizei. Der Sp... Also der muss irgendwo hier in der Nähe sein. Ich schätze... ...beim schuppen. Ja, ja, das meinte ich ja gerade. In diesem Spongo-Haus wieder. Achso, das ist das Spongo-Haus. Da, wo wir gestorben sind halt, ne? Ja. Scheiße! Oh nein, der ist bei mir irgendwo. Wo bist du? Oh, Piano. Ich hab keinen Plan, wo er schießt. Läufst du ums Piano-Haus rum? Ja, ja, ja. Dann hab ich dich zumindest gesehen. Wie der kämpft, Alter. Wo ist der denn? Mein Schimmer. Läufst du über die Kreuzung? Ja, ja. Ist der noch bei den Schienen, oder wird? Hast du ihn? Ne, das kam jetzt von der Polizei. Aber das war er, oder? AK-74? Ja. Ich hab keinen Plan, wo der ist. Okay, da liegt ein Zombie tot vor der Polizei. Seit neuestem? Ich seh ihn. Hast du einen blauen Rucksack, ne? Nee, ich hab keinen Rucksack. Ich bin zwischen den Gleisen. Oh, er ist am Bischen Haus, glaub ich. Ja, da ist einer mit dem türkisen Rucksack. Wir haben ihn getroffen. Der ist jetzt umgekippt, gerade. Hinterm Bischen Haus. Ich geh mal hin. Hi, Hugh. Ja, da ist er. Komm mal raus. Revenge is our, bitches. Nice, Alter. So, und wie wir sagen, hier... Ach, Alter. Der Bongo, ne? Der hat jetzt gedauert, jetzt ohne Spaß. Das war der Endboss, glaub ich, Alter. Der Endboss, ja. Ich kann auch nix... Oh, der hat ne Trommel ruiniert. Ich kann nix nehmen. Ich auch nicht. Lol. Lol, ja. Ja, da denke ich mir auch gerade. Ich hör was. Und wo? Hast du den angeschlossen? Ja. Nichts gehört, ne? Oh, der Salim, der Salim back, geil. Also, ich seh ihn. Ja. Der SGS. Willst du die haben? Ne, die Muni. Ach, ne, warte mal. SGS hast du, ne? Ja. Ne, was hast du eigentlich? Mir backst du einfach nur rum. SGS. Dann nehme ich so eine. Und so, meine Leute, sind wir am Ende der Folge angelangt. Wir haben unsere Rache bekommen, den kleinen Bengel nochmal eine Lektion erteilt und vor Verzweiflung natürlich fast vor Lachen gestorben. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Auf der Endcard kommt ihr nochmal zu Daniel auf dem Kanal und zur letzten Folge. Einfach mal abchecken und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Wir werden kommentieren nicht vergessen. Haut rein. Euer Luzi. Und yo, yo. Outro. Outro. Untertitelung des ZDF, 2020